Die Chroniken von Ronce Wallis 2. Der erste Band war ja einer der bestbewertetsten Comics in meinem Kanal bislang und endlich habe ich hier die Zeit gefunden, zu Band 2 auch eine Review zu erstellen. Und was soll ich sagen? Es geht munter weiter. Das Cover ist eine 10 von 10, so wie ich das Ganze schon angepriesen hatte. Bitte schaut euch das letzte Review zu Ronce Wallis an, falls ihr hier informiert sein möchtet. Denn tatsächlich ist es so, dass es hier komplett nahtlos mit der Geschichte weitergeht. Wir haben nach wie vor die Geschichte rund um Karl den Großen und Roland und der Belagerung und so weiter. Und diese werden dann aufgekauft. Ihr Kreuzzug soll enden. Sie werden mit Gold bezahlt oder bestochen, besser gesagt. Und alles geht schief und die Vasconen greifen dann an. Und wir haben in diesem Band hauptsächlich Kämpfe. Also wir haben eine Schlacht, eine epische Riesenschlacht, die sich durch diesen ganzen Band zieht. Und ich muss sagen, storytechnisch, dadurch, dass es weitergeht, fällt es mir heute so ein bisschen schwer, das Ganze überhaupt erst zu bewerten, weil ich das Gefühl habe, das Ganze hätte halt ein großes Buch sein sollen. Das erste Buch wirkte somit auf mich storytechnisch etwas interessanter, weil man die ganzen Hintergrundinformationen bekommen hat und diese ganzen Intrigen und was halt eigentlich alles so dahinter steckt, wurde erklärt, etc. Und auch diese Rückblicke nach Badaborn und so weiter, die waren halt alle sehr, sehr interessant und historisch halt einfach hochwertig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und hier in dem Band ist es wirklich hauptsächlich eine Schlacht. Es geht so ein bisschen um Bestechung. Es geht auch um die Geiseln, die genommen wurden. Ich glaube noch im ersten Band tatsächlich, als Karl da durch das Dorf spaziert ist. Und das war ein gewaltiger Fehler. Und eigentlich geht es in diesem Band wirklich um diesen einen großen Fehler, der Karl komplett den Sieg gekostet hat über alles. Er hat sich somit halt praktisch verschätzt und es gibt keine Gewinner in dieser Geschichte. Und allein das sagt mir sehr zu tatsächlich. Es entspricht der Realität. Es ist halt nicht schön ausgemalt, schön geredet, wie man auch immer sagen möchte. Es ist mehr oder minder recht nüchtern einfach erzählt und tatsächlich nach wie vor auch schön gezeichnet. Und ja, wie gesagt, es wird mir tatsächlich wahrscheinlich schwer fallen, das Ganze heute zu bewerten. Ich würde sagen, dadurch, dass hier nicht so viel geschichtstechnisch passiert, würde ich das mit einer 6 oder 7 von 10 werten für die Story. Und für die Artworks habe ich das letzte Mal eine 10 von 10 gegeben. Hier muss ich ein bisschen zurückrudern. Die Artworks sind zwar immer noch die gleichen und immer noch sehr, sehr gut. Das zeige ich euch gleich auch. Aber irgendwas hat so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil nicht mehr Kontrast gab oder vielleicht wurden auch einfach mehr Farben benutzt. Hier haben wir oft 3, 4, 5 Seiten, die praktisch im gleichen Farbschema liegen. Und deswegen würde ich hier ein paar Punkte tatsächlich abziehen. Es ist natürlich nach wie vor genauso hochwertig gezeichnet wie der erste Band, keine Frage. Aber farbtechnisch könnte man hier noch ein bisschen aufbessern. Ich würde sagen, deswegen wird es von den Artworks her keine 10 von 10 sein. Ich würde hier für die Artworks eine 8 von 10 geben. Und wenn ich jetzt sage, Story 6 von 10 oder 7 von 10 von mir aus und Artworks 8 von 10, ja, pendeln wir uns tatsächlich bei einem sehr, sehr guten Comic nach wie vor ein, der immer noch sehr, sehr empfehlenswert auch ist. Aber es ist nicht mehr so hoch gewertet wie der erste Band. Und um euch das eben auch nochmal sichtbar zu machen, werden wir uns ein paar Artworks angucken. Ich schlage das Ganze mal auf. Wir haben hier nach wie vor diese schöne Karte, die wir auch schon im ersten Teil hatten, sehr, sehr gelungen, hat mir sehr gefallen. Und wir haben hier dieses schöne, tiefe Grün, hat mir auch sehr zugesagt tatsächlich. Aber hier seht ihr direkt schon auf Seite 1. Das Ganze wirkt ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ob es am Comic liegt oder tatsächlich am Druck. Das kann natürlich auch sein. Aber es gibt halt auch Seiten, die wirken dann doch recht kontrastreich und so weiter und sehr schön, wie diese hier zum Beispiel. Und dann gibt es halt Seiten, die sind etwas blass gestaltet. Vielleicht liegt es aber auch an den Farbpigmenten, die er verwendet hat. Ich kann mir vorstellen, dass er das Ganze halt komplett in traditionellen Medien gemacht hat. Und da kann es natürlich sein, dass einfach, wenn blassere Farben genutzt wurden, das später beim Einscannen etwas anders wirkt als im ersten Band, sage ich jetzt mal. Es ist nach wie vor natürlich ein sehr, sehr schöner, empfehlenswerter Comic. Ich würde diese Reihe hier jedem empfehlen. Und die ist ja somit, so wie ich das verstanden habe, nun komplett abgeschlossen mit zwei Bänden. Und das Ganze hat mir wirklich Appetit gemacht. Ich mag es, wie dieser Mann schreibt. Ich mag es, wie er zeichnet. Ich werde auch weitere Bände von ihm kaufen. Es gibt unter anderem, habe ich gesehen, eine Geschichte zu Nostradamus und so weiter. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Aber nur, dass ihr wisst, dass ihr in Zukunft noch mehr von ihm hier im Kanal sehen werdet. Mit, ja, da sind so die besagten Geiseln. Das ist diese Mutter mit ihrem Kind und so weiter. Es gibt recht viel grün im Band. Deswegen wahrscheinlich auch diese allgemeine Farbgebung des Bandes. Aber wie ihr seht, ist hier nicht mehr so viel Abwechslung, was die Geschichte angeht. Es wird hauptsächlich halt gekämpft. Und am schönsten fand ich tatsächlich die letzte Seite. Denn die ist sehr kontrastreich. Die Farben wirken wieder mehr wie im ersten Band. Und es wird eigentlich darauf hingewiesen, dass es keine Gewinner gab. Wir haben hier auch eine sehr, sehr schöne Abbildung des Olifanten von Roland in diesem Laub hier. Alle sehr, sehr schön dargestellt. Ich mag das Cover allgemein unglaublich gern. Eins meiner Lieblingscover überhaupt. Und preislich liegt der Band bei 16 Euro. Also ich glaube, ein Euro günstiger als der letzte. Und ist Hardcover, ist im Albumformat, also ein großer Band. Wir haben hier keinen Kapitalband. Das ist bei diesen dünnen Bänden so üblich und auch gar nicht notwendig. Aber ich liebe das Cover einfach. So sieht das Ganze aus, Leute. Ich würde sagen, die Gesamtwertung für diesen Band liegt diesmal bei einer 7 von 10. Es ist aber leider so, oder was heißt leider? Es ist so, dass man eigentlich diese beiden Bände insgesamt werten sollte. Als ein einziges Buch, als einen einzigen Run. Denn sie sind absolut zusammenhängend. Es gibt keine Kapitel oder sowas. Die gehen einfach nahtlos ineinander über. Und deswegen würde ich das Ganze in Verbindung mit dem anderen Band bei einer 8 von 10 einordnen. Ich mag diesen Comic sehr, sehr gerne und bin sehr froh, dass ich ihn jetzt komplett ins Regal stellen kann. Klare Kaufempfehlung. Schlag zu, Ronze Wallis. Vielleicht nicht unbedingt etwas für Leute, die nur Superhelden lesen. Vielleicht wird es euch aber auch Appetit darauf machen. Vielleicht auch nicht so unbedingt für jüngere Leser, die viel mehr Action haben wollen. Wobei hier ja sehr, sehr viel Action mit drin ist. Also man muss es tatsächlich natürlich mögen. Dieses Geschichtliche. Aber von mir gibt es eine eindeutige Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ronze Wallis, echt guter Comic gewesen. Ich bereue es nicht. Bin sehr froh, dass ich ihn geholt habe. Und gebt mir entsprechend einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Bis dann.